Das geheime Geräusch, die Auflösung und unser geheimes Geräusch, das steckt hier drin. Du, dein Zahnarzt wird sich freuen. Und jetzt hier drin, ja, haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht, absichtlich oder nicht, ein Bonbon zerbissen. Oh, weia. Ja, und so klingt das dann. Meine Zähne sind noch da. Und Sie haben die Lösung.